Hallo zurück! Und wir bewegen uns gleich weiter. Hier waren wir ja schon. Er hat glaube ich einen Lava-Flash. Er wiederholt sich. Schön. Unitology. Und ihr Tod ist nur die erste Phase. Von dem physischen Ablauf dieser Transformation abschrecken. Bald schon werden sie alle physischen Belange abgeschüttelt. Aus den Chorien kommt hier keiner? Sie müssen... Narem! Das ist es, wonach wir all die Jahre gesucht haben! Das ist es, worauf wir gewartet haben! Hören Sie nicht auf Sie! Kommen Sie zurück! Kommen Sie zurück! In dieser wichtigen Stunde von der Kirche abwenden. Hören Sie nicht auf zu glauben, was in der Welt ist, ist keine Dröcke. Es ist Gottes Welt, einiges fantastischer. Schiene, 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 Schiene. Komm! Na komm! Nur noch rechts? Dann musst du... Schwer und das am frühen Morgen! Und los! Kann ich auch gleich hier durchgehen? Geht so? Ne, es geht nur so. Es geht nur zur Seite? Dann bauen wir hier mal ein bisschen. Ach so, shit. Ja, ich hab gedacht, man kann das jetzt hier irgendwie... Dann müssten wir das genau andersrum machen, oder? Äh... Zonk! Und... Dich ein bisschen raus. Dich ein bisschen da so... Los! Na, Dich wollte ich haben. Komm schon, komm schon! Das reicht. Äh... Nein! Oh, dieses Inventar hier. Machen wir es so. Dann können wir das auch nehmen. So. Hallo? Warum will mit mir nie jemand reden? Immer wenn ich um die Ecke komme, bringen die sich um. Liebt es an mir? Was? Ah, hier. Okay. Das nehm ich gleich auch mal nicht, 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 nicht damit. Aufgabe erfüllt. Diesmal gibt es keine Fluchtmöglichkeiten mehr, mein Freund. Bis jetzt waren Sie ja ganz einfallsreich. Aber meine Kreation ist frei. Wiedergeboren in die tosende Hitze des Lebens. Jetzt wird es Zeit, dass Sie sich einbringen. Aha. Ich bring mich doch die ganze Zeit schon ein. Hm. Oh, oh, oh. Das ist doch hier wieder so ein Freund, der... Der, 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 der... Wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Komm schon, beeil dich. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Äh, 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 äh. Oh, nein. Oh, nein. Ich hab so irgendwie das dumme Gefühl. Der kommt hier nicht hin, oder? Oh, fuck. Wie soll man das denn jetzt hier... Ah, nein, 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 nein. Zieh! Nein, nein, nein. Ähm. Ich muss das hier ziehen. Und das heißt aber, ich muss den hier rüber schaffen. Zieh doch. Zieh, zieh, zieh. Warum macht er das denn nicht? Mutti. Ich muss hier jetzt weiter raus? Geh es mir so auf den Sack. Geh es mir ja so auf den Sack. Ah ja, bau dich zusammen. Ich brauche eine Idee. Du kannst ja machen, was du willst. Ich brauche eine Idee. Ist der abgehauen? Der kommt doch hier bestimmt irgendwo wieder. Oh. Wo ist die Sauer? Eigentlich muss ich wieder zurück, verdammt. Und warum kriege ich denn diese Dinger hier nicht... ...verschoben? Nö, du nicht. Komm, Tür wieder zu. Hahaha. Was ist mit dir? Nu, komm, 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 komm. Schieben. Bewegt er sich jetzt oder nicht? Oder wie auch immer? Ich habe keine Ahnung. Ich denke immer, er kommt im Rücken. Äh. Ich bin so ein bisschen überfragt gerade, weil... ...es lässt sich nicht verschieben. Schieb. Schieb. Keine Chance. Ich muss die aber verschieben, damit ich da rankomme. Ich muss die aber verschieben, damit ich da rankomme. Ja. Ja, super. Super, super, super. Da komme ich aber nicht durch. So, ach Quatsch, ran, ran, nein, ich komme nicht, so klar, so, ich fresse gleich einen Besen, ich fresse hier echt gleich einen Besen, weil ich das hier nicht bewegt kriege, und warum kriege ich das nicht bewegt, ich verstehe das nicht, ich probiere es jetzt, warum will der nicht, warum will der nicht, er will nicht, ich habe da mal eine andere Idee, wo ist er jetzt wieder, super, nein, 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 zu, zack, zack, komm, ich brauche doch aber jetzt, ich brauche da jetzt aber die andere, ich brauche die andere Wumme, viele denken jetzt bestimmt, Mensch, stellt der sich blöd an? Ich tue mich in der Sache auch immer ein bisschen schwer, Oh, dann kommt der mir hinterher! Das ist dein K Always-Ganz queda, wenn du sehr schnell kannst, Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich hab das Flass überbrückt. Verschwinde da! Ach nee. Ah, wo muss ich hin, wo muss ich hin, wo muss ich hin? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ausgezeichnete Arbeit, Mr. Clark, wirklich ausgezeichnet. Und jetzt kommen Sie zu mir in den Wippereich. Die Tür ist offen, behalten Sie sich. Isaac, du solltest Dr. Kyle mit Vorsicht genießen. Ein Großteil der Sachen, die ich bisher herausgefunden habe, stammt aus seinen Aufzeichnungen. Der Mann ist total irre. Aber trotz der Volabilität könnte er gewalttätig werden. Total irre? Ich stehe unter Schock. 74 Schuss. Diese Viecher machen einen auch immer völlig fertig. Weil sie immer wieder auferstehen können. und man, abömertided wird in comentarios Nein, 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 nein. Das hört sich etwas größer an! Ich muss hier erstmal gehen. Genau. Shop. Shop ist gut. Shop ist gut. Spielunterbrechung. Wir shoppen. Alter. So, was kostet denn der... 60.000. Ha, 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 ha. Inventar. Das Verklingen brauchen wir auch nicht. Das kannst du ja wohl wissen. Das passiert mir ja nicht nochmal, dass ich hier ohne Munition rumeiere. 200, 300, 350. Ich kaufe mir aber doch nochmal welche. Das ist mir ein bisschen zu risikovoll, dass hier keine, keine und so, ne? Und, und so. Und so. So. 175 Schuss. Na, das ist doch schon mal wieder was. So, und jetzt sollen wir zu dem Herrn Doktor, Professor oder wie auch immer. Gut. Bevor wir da natürlich hingehen, speichern wir erstmal wieder ganz. Einfach. Und schnell. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wie immer. Also dann, bis gleich. Tschüss. Und dann machen wir uns. Du servicio.